Herzlich willkommen bei DWS Online. Ich bin Stefan Grevelin und ich empfehle Ihnen das Online-Seminar Umsatzsteuer bei Reiseleistung. Es ist ein sehr komplexes, anspruchsvolles Thema und deswegen schauen wir uns im Teil 2 des Online-Seminars auch diese Regelung sehr genau an, sehr detailliert mit den FAQs, den häufigsten auftauchenden Fragen in der Praxis, mit jeweils Beispielen zu den einzelnen Fragen dazu und ganz am Ende noch einen komplexen Fall, den wir dann gemeinsam umsatzsteuerlich lösen, sodass Sie dann dieses schwierige Thema der Reiseleistungen voll im Griff haben. Ich freue mich, wenn wir uns im Online-Seminar sehen.